Hallo und herzlich Willkommen zu Styx und den Meister der Schatten damit nicht ich gemeint vielleicht doch eher und nicht herzlich Willkommen zu Styx Masse Schöter vor 4 Jahren wird sehr sehr lange her ich glaube ich ich glaube wir sind aber sind genau wir wollten ja einen typen aus um die gefängnis befreien naja lustig werden wir haben in der letzten folge eine wache ihre also eine wache haben hier ihr taschen geklaut und eigentlich nicht wirklich was gemacht was nebenbei questig ist so meine meine maus ist teilweise etwas langsamer muss ich jetzt kurz ein bisschen testen k nja 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 krass nja nja nacst g nja 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 殺 rap meinstl infant und dort hat nicht immer länger ich bin schlägt nja nja Auch! Und da hab ich ja die Maus ein bisschen umgestellt und das wird wahrscheinlich jetzt der Grund sein, wieso es ein bisschen nicht umgeht. immer dass es zu machen aus dem steigen das glaube ich ich habe es nur kurz mitgelesen wir befreien irgendein fetten also irgendwas monstruöses anscheinend hier sind die frames ein bisschen auch immer und sind eben gewusst ich sollte es hat die fachstehle artes abfakt alle taxen der kiste man guckt von hier auf das und dann auf die kiste oder man dreht die und dann fährt das ding runter das müsste hier ja irgendwo angezeigt werden hier auf jeden fall nicht also wenn dann hier vorne irgendwo eine zeit ich denke ich habe nicht gespeichert verflucht diese greifen die sich nicht gegenseitig an ich das echt scheisse ich beiche okay dass keiner gehört her sand der weg ist besser ich spreche noch mal vorsichtshalber weil interessant aber dass er schlafen ok ein ich kann hier gar nicht lang es was geht denn hier ab wo du du w w w w w w w w w Ja, du bist zu arm, Junge. Uh, das war echt knapp. Okay. Das Problem in der ganzen Sache. Ich komme jetzt gar nicht dorthin, wo ich hin will. Hä? Ja, wie gesagt, es ist die komplett falsche Richtung. Okay. Das muss ich das ja anders angehen. Das ist nämlich nichts. Okay, dann wieder zurück. Ich muss zum Glück nicht, also noch nie, noch nicht laden, diese Runde. Das hat ja... Okay, ich gehe wieder hier lang. Das ist echt... Da kann man drüben. Kann ich vorsichtig unterschleichen? Hier ist eine Münze. Hier kommt man ja überhaupt nicht weg. Ach du Scheiße. Vorsichtig. Oh. Das nenne ich mal Glück. Okay. So. Das Finster. Direkt unten hier kommt sowieso keiner rein. Okay. Da ist Säure. Ist denn da ist? Ja, der geht ja hier lang, ne? So. So. Du musst du mir in die Kiste, oder? Nee, das ist... So, nun muss ich ihn aber leider töten, also... So, da wäre ja im Schrank gewesen, okay. Schatz. Oh, der übertreibt das nicht. Die übertreiben sind wenig, ne? Zumindest was die Was die ganzen Orks angeht, ne? Die ist ja Ich mein, einer reicht ja nicht, ne? Es müssen ja zwei sein Aber die sind ja Also die haben Ich muss den töten Das hilft leider nichts Da ist nämlich ein Schalter Wenn ich Tätigen möchte Sei still Ich getragen Sollte ich Die Frage ist, ob ich Richtung die schauen müssen Ich glaube, beide müssen Also nach rechts gucken, ne? Ne? Okay, wenn ich das betätige Dann dreht die sich doppelt Hä? Okay Ich drehe sich einmal zurück Aha Falsch Falsch Ähm Nein Nein Okay Und jetzt Nein Das passt nicht Na jetzt Ha Nein Hey Ah Dieses Schaltersystem Sicht Buchbar Das heißt Nee Jetzt Müsst es passen Äh 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 Dankeschön So Dann geht's auch schon weiter Das Abstecher So Das sind Schwerter Aber ich glaube nicht, dass wir da nämlich weiterkommen Hier was lösen Ich weiß Ich glaube nicht, dass das viel bringen wird. Ich speichere hier mal. Was ich da nochmal? Okay. Da unten sind mehrere Tunnel, wo wir uns verstecken können. Aber ein Tunnel bringt mir nicht viel. Jetzt bin ich mal hier. Was? Was? Okay, so wird das. So wird das nichts. Boah, ich hasse das Spiel. Das ist echt schwerer wie der Witcher. Okay, der Witcher ist ja auch. Ah ja. In Rollenspiele, ne? So. Ich konnte da irgendwie ja nicht so rein, ne? Wie ich das eigentlich gern wollte. Okay. Zack. Rein in die Kiste. So, was waren die Sicht? Ich glaube, drei, ne? Ja. Da ist wieder eine Kiste. Die Frage ist... Wo ist denn der? Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er. Geht es da runter? Der geht. Hier hin. Dann müssen wir uns da bei den zwei Orks vorbeischleichen, nehme ich mal an. Jetzt müssen wir mal gucken, erst mal hören, wann da wer kommt. Da ist er. Auf den warte ich schon die ganze Zeit. Ja.